Yo Leute, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ab, Alter! Ab, Alter! Yo Leute, wir sind heute in Bielefeld. Zusammen mit... Mia! Mit Michee. Und zwar, Leute, sind wir heute eingeladen bei Faye D. Im Prime. Wir warten hier gerade, bis der gute Herr Bielalmiro kommt. Wir warten, bis mein Cousin kommt, dann gehen wir zusammen rein und erleben eine schöne Nacht zusammen mit Michee! Mit Mia! Und ja, Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, die Faye D und so drauf sind und... Und? Und? Bis gleich! Bis gleich? Michee! Auto! Michee! Auto! Michee, was hat dein Vater gesagt, bevor wir Lust gefahren sind? Michee! Morgen Schule! Ich hab morgen gar keine Schule. Hast du dir gesagt, Ferien? Michee! Morgen Schule! Dein Vater, das geht gar nicht. Leute, ich freue mich auf den Auftritt und wir sehen uns später. Du medida hast! sleep fiftyond! быть die Sinn oder died? oder gli Geh dir, wie ihr fühltet seid? Vielen Dank für heute, dass ihr hier seid. Oh 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 oh. Maria oh 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 oh. Patentika! Zyklokotek, Zyklokotek! I won't let you go I can't let you go I can't let you go Even if I try I can't, I can't live back up It's one of my friends and dad Yo Leute, jetzt sind wir bei Fady Was geht, Fendi? Ich bin hier mit meinem Mann Ali und meinem Mann Bilal. Make sure you check him out on YouTube, subscribe! Love you guys! Und Leute, mein Cousin, Miro Security! Nicht vergessen, danke Bilal! Bester Mann! Fendi! 2017, Baby! Beter! Jede! So Leute, wir sind in den Raden Club. Mit Alimiri zu Nod. Wir würden mal schnell check. Der Junge ist crazy! Leute hört dich auf Ines! bis Sieh! Musik Leute, der Typ ist total besoffen. Kirschsaft, Leute. Kommt roth. Kirschsaft. Das ist nur Kirschsaft. Ja? Ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Yo Leute, das war der Abend. Ein Riesendank geht nochmal raus an Miro Security, mein Cousin, Bilal aus Braunschweig. Beste Security-Mann überhaupt. Ich danke dir für den Abend. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier im Prime. Und wenn euch der Vlog verhängt, lasst einen Daumen hoch da. Ich will jetzt noch was sagen. Ich grüße alle meine Leute. Checkt wieder Miro Security ab. Ihr wisst Bescheid. Bye-bye-bye.